Wenn Sie bei der Kunstgeschichte jetzt in den Brünnel, wo es um den Schrank ging, ja, okay. Pressegespräch im Stadtmuseum Güstrow. Das Museum freut sich, dass ein weiteres Andenken aus der Vergangenheit erhalten werden konnte, der Hamburger Schapp. Schapp ist niederdeutsch und steht für Schrank. Die Besucher des Museums können jetzt wieder den Dielenschrank des Typus Hamburger Schapp in seiner ganzen Pracht bewundern. Nötig wurde die Restaurierung durch Risse im Furnier und im Inneren des Schrankes. Das Schubfach ließ sich ebenfalls kaum noch öffnen. Damit die gefährdetsten Bereiche zu sichern und zu ergänzen, damit nicht noch mehr Originalsubstanz verloren geht. Dann war es so, dass wir uns um die Türen gekümmert haben. Die Türen wurden ausgebaut, sind ins Atelier gekommen, wurden dort bearbeitet über einen längeren Zeitraum. Und der Rest ist dann während des Museumsbetriebs vor Ort gemacht worden. Der Hamburger Schapp ist ein typisch hanseatisches Möbelstück und wurde zwischen 1680 und 1750 hergestellt. Besonders ist auch seine innovative Konstruktion. Auf den Sockelkasten mit den zwei Schubwächern wurden die Rück- und Seitenwände sowie die Türen einfach draufgesetzt. Der obere Gesimskranz hielt das Ganze dann in Form. Somit wurden die Möbel leichter, nicht mehr so sperrig und man konnte sie transportieren. Zumeist stehen die Schränke auf gedrechselten Kugelfüßen. Und beim Hamburger Schapp, also was das Besondere ist im norddeutschen Raum, das sind die figürlichen Schnitzereien, die Sie im Hintergrund sehen. Die kleinen Putten in der Kartusche, dann die figürlichen Schnitzereien. In den Kapitellen dann nochmal diese antiken Frauenwüsten. Also dieser Hang zum Bildhauerischen, auch zum Spiel von Licht und Schatten, was man ja im Barock hat. Also man hat Elemente auch in dieser Gestaltung so ein bisschen aus der Architektur entnommen. Mit den pilasterähnlichen Vorlagen, die Sie hier sehen, mit den Acanthusblättern, mit den Kapitellen oben. Das sind ja auch Elemente, die aus der Architektur kommen. Und das ist eben das Besondere gerade beim Hamburger Schapp. Fast 100.000 Einzelobjekte beherbergt das Museum. Die meisten davon sind in Depots und Magazinen untergebracht. Der Restaurierungsbedarf ist groß. Deshalb ist das Museum auch immer auf der Suche nach neuen Sponsoren. Iris Brütgamm ist besonders froh, wenn Partner des Stadtmuseums Güstrow regelmäßig helfen, die großen Sammlungsbestände zu erhalten. Ein fester Partner ist bei uns das Wohnungsunternehmen, die AWG, ein Güstrower Wohnungsunternehmen, seit 2008. Nun helfen sie uns hier bei der Restaurierung, bei Sonderausstellungen. Und sie waren auch 2015 dabei. Die Finanzierung lief über drei Jahre. Und die AWG, die ich eben genannt habe, hat die Anschubfinanzierung gemacht in Höhe von 2.900 Euro. Und dann stieg die Stadt eben auch mit ein. Und wir lassen ja parallel zwei barocke Diegelschränke. Einmal den Hamburger Schapp und einmal unseren Schrank Süddeutsch restaurieren. Von 2015 bis 2017, drei Jahresscheiben. Und insgesamt sind das knapp 17.000 Euro. Und das ist schon eine gewaltige Summe. Aber wir sind ja auch verantwortlich dafür, das, was den Kunst- und Kulturschatz im Bereich der Stadt ausmacht, dass wir diesen eben auch erhalten für künftige Generationen. Wenn die Restaurierung des Schrankes Süddeutsch abgeschlossen ist, geht es weiter mit der Sammlung von historischen Theaterplakaten aus dem 18. und 19. Jahrhundert. Eine einmalige Sammlung im norddeutschen Raum. Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017